Hey Freunde, hier ist wieder Philipp von Abmenschnellern.de und ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn mein Lieblings-Equalizer hat ein Upgrade bekommen, nämlich der FabFilter Pro Q wurde jetzt zur Version 4 und wir schauen mal, ob sich das Upgrade lohnt oder man sich das Geld sparen kann und vielleicht auf der alten Variante bleiben kann. Also, zunächst einmal, wenn wir uns das Ganze anschauen, was ist hier neu im Vergleich zu der 3er-Version? Ja, wir haben hier erstmal einen Stift, da kommen wir gleich dazu, dann die Pianorolle wurde in der Farbe, ja, umgekehrt. Die weißen Tasten sind jetzt schwarz, nicht sonderlich spektakulär, aber möchte ich erwähnen. Hier unten sehen wir jetzt auch nochmal den Spurname, der ist auch ja normalerweise sonst hier oben, finde ich schon mal gut, aber dahinter steckt auch noch ein neues Feature. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Charakter des Equalizers zu ändern, denn es war ja häufig so, dass viele gesagt haben, ja, Pro Q, tolle Funktion, tolle Haptik sozusagen, aber der Klang, ja, da gibt es bessere. Jetzt hat man aber die Möglichkeit, hier nochmal zwischen Clean, Subtle und Warm umzustellen. Also einfach nochmal mehr Modi für die Leute, die mit dem Klang vielleicht bisher nicht ganz so zufrieden waren. Das sind auf den ersten Blick erstmal die Neuerungen. Jetzt gehen wir dann mal direkt auf den Stift und das ist wirklich eine coole Neuerung, denn ihr seht, wenn ich jetzt hier so rumfahre mit der Maus und dem Stift anhabe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit über das komplette Frequenzspektrum, aber natürlich auch nur in bestimmten Bereichen, wenn ich das möchte, hier mit gedrückter Maustaste einmal rüberzufahren und zu schauen, welche Frequenzen ich rausnehmen möchte und welche ich vielleicht ganz gut finde, ja, und da könnt ihr wirklich sehr gut einzeichnen mit ein bisschen Übung. Seid ihr da echt top dabei, sage ich mal. Und ja, und das Coole ist, ihr habt dann direkt hier die Punkte, wo ihr dann nachjustieren könnt, aber natürlich dann direkt an den Stellen, wo ihr sie benötigt. Aber schon wieder ein sehr cooles Feature, was gerade in dem Bereich Bedienung, ja, auf jeden Fall einzahlt und da ist ja der FabFilter Pro Q ohnehin meiner Meinung nach mit Abstand der beste Equalizer, aber das Feature ist auf jeden Fall nochmal ein Step nach vorne. Dann ein weiterer Punkt ist, wenn ihr die dynamische Bearbeitung nutzt, die gab es ja auch schon in der Dreier-Version, ja, dass ihr quasi einen Frequenzbereich dynamisch auswählen könnt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das macht, hier auf den Pfeil zu klicken und zusätzlich dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit, Attack und Release einzustellen. Also geht es nochmal mehr in Richtung Multiband-Kompressor, aber hier, wie gesagt, zusammengefasst in einem Plugin. Das ist definitiv auf jeden Fall nochmal ein cooles Feature, was man natürlich nutzen kann. Aber jetzt kommen wir zu meinen zwei liebsten Features und zwar zum ersten, das ist komplett neu, das ist die Spektralfilterung und das erinnert so ein bisschen an das Soothe-Plugin, was ja viele von euch sicherlich kennen, lieben und nutzen. Allerdings ist das ja auch schon relativ teuer und verglichen mit dem FabFilter Pro Q sind die, glaube ich, gleichwertig oder Soothe ist sogar ein Tick teurer. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, genau dasselbe zu machen, denn wenn du jetzt auf Spektral klickst und dann bestimmte Bereiche rausfilterst oder beziehungsweise nach unten ziehst, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und ihr seht, ja, der Bereich ist zwar komplett ausgewählt, aber es werden nur, ja, Tonschwerpunkte reduziert, also Resonanzen gefiltert. Das ist genau das, was Suothe macht und ihr habt hier natürlich auch noch verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze dann in der Dichte zu verengen, das heißt, es werden noch spezifischer die Frequenzen rausgefiltert oder das Ganze zu verbreitern, ja, das heißt, dass ein größerer Frequenzbereich sozusagen dann abgesenkt wird, wenn ihr das nach links macht oder Resonanzen zusammengefasst werden und gleichzeitig runtergefahren werden. Dazu habt ihr natürlich hier auch wieder Attack und Release. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, und ihr seht, umso mehr man das nach rechts dreht, umso mehr Frequenzen oder Resonanzen werden einzeln gezogen und umso mehr man das nach links zieht, umso mehr wird das Ganze zusammengefasst. Also ein extrem spannendes Feature, was wahrscheinlich schon allein das Upgrade wert ist, um ehrlich zu sein. Aber schauen wir mal weiter. Und zwar habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass hier unten jetzt auch der Name steht und das hat den Grund, denn wenn wir hier draufklicken, kommt eine komplett neue Ebene und das ist wirklich auch meiner Meinung nach für den Workflow extrem wertvoll und auch für die Visualisierung, wo welche Frequenzen spielen. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn wir das ganze Sample hier oder die ganzen einzelnen Spuren einmal abspielen, dann habe ich den Pro Q4 jetzt auf drei verschiedenen Spuren, einmal auf dem Bass, einmal auf dem Lied Lush und einmal auf dem Vocal Sample. Und wenn ich das abspiele, dann seht ihr alle Instanzen auf einmal. Das ist allein schon mal relativ cool, aber wenn ihr jetzt eine Spur markiert, und das könnt ihr hier an diesem Symbol machen, das könnt ihr für jede Spur auch machen, je nachdem, aber da wählt ihr sozusagen eine Hauptspur aus, wir wollen jetzt den Bass einmal als Hauptspur sozusagen nehmen, wo sich der Rest sozusagen unterordnen soll. Und wenn wir jetzt das Ganze anmachen, dann seht ihr jetzt farblich in Rot markiert, wo sich die einzelnen Spuren oder beziehungsweise wo sich der Bass mit dem Lied Lush überschneidet und wo sich der Bass mit dem Vocal Sample überschneidet. Und wenn wir das festgestellt haben, dann können wir einfach hier auch reinklicken und dann sind wir in der Instanz von dem Vocal Sample, obwohl wir diese Spur jetzt zum Beispiel gar nicht aufhaben, sondern die eigentlich vom Bass. Und das ist natürlich sehr cool. Ja, wir hören nochmal rein. Und ihr habt hier auch wieder alle Möglichkeiten, das dann direkt einzustellen mit, ob ihr eine dynamische Bearbeitung machen wollt, eine Spektralbearbeitung und so weiter und so fort. Und ja, das sind die Neuerungen, die wichtigsten Neuerungen meiner Meinung nach von dem Pro Q4. Also, die große Frage, lohnt sich das Upgrade von der 3er-Version auf die 4er-Version? Zunächst einmal muss ich sagen, wer den Pro Q bisher noch nicht hat, für den lohnt sich das Plug-in in jedem Fall. Ja, einfach wegen der Funktionalität und allgemein der Bedienoberfläche und mit den neuen Funktionen. Ja, kommen einfach nochmal so viele neue Sachen dazu, die das Plug-in noch deutlich besser machen. Wer die 3er-Version hat, für den lohnt es sich meiner Meinung nach auch, denn allein diese Funktion, dass man jetzt spektral Resonanzen filtern kann, das ist natürlich ein absoluter Game-Changer. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich zum Beispiel Soothe nicht mehr so häufig nutzen werde. Einfach, weil ich das jetzt auch noch zusätzlich hier mit dem Pro Q4 machen kann. Und ja, wenn man da schon mal allein die Preise vergleicht, dann ist das natürlich nochmal ein Unterschied. Und diese ganze Workflow-Geschichte, ja, wo man die Spuren alle auf einer Ebene sieht, das ist natürlich nochmal ein kompletter Game-Changer meiner Meinung nach und macht das ganze Mixing bzw. die ganze Bearbeitung mit dem Plug-in auf verschiedenen Spuren gleichzeitig deutlich schneller. Und damit kann man natürlich dann auf lange Sicht auch wieder Zeit sparen, was für mich natürlich immer der größte Grund ist, warum ich mir ein bestimmtes Plug-in in der Regel hole. Nicht unbedingt, weil es immer besser klingt oder das, sondern weil ich damit einfach schneller und präziser auch arbeiten kann. Also, ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Falls ja, würde ich mich extrem freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gehst. Wenn du das Plug-in kaufen möchtest, dann findest du hier auf jeden Fall nochmal den Link. Damit kannst du mich dann unterstützen, den Kanal, dass ich weitere Videos hier produzieren kann. Ja, und wenn du mehr über das Mixen erfahren willst, dann schau dir doch auf jeden Fall mal das Video hier an. Hier gebe ich dir einen richtig spannenden Tipp mit auf den Weg. Oder wenn du mehr Equipment-Tipps benötigst, dann schau doch gerne hier mal rein. Da findest du mehr davon. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einem von diesen Videos oder hier beim nächsten Video. Ich bin Philipp von Appensteinlern.de. Ciao.